hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von minecraft jurassic world revelations danke dass ihr eingeschaltet habt techlight ist natürlich auch wieder auch wieder auch von der partei einer partei ein wunderschönen guten tag von der partei ich spiele minecraft und die secret titler ok ah tschuldigung falsches spiel ich muss ja sagen mit der tabletop bereitzte doch schon ein bisschen wie blüht ob es immer noch das große wort und dass die bienchen endlich mal fertig sind stimmt mir fällt ja gerade was ein das sind die falschen dinge auch nur was denn die falsche es gibt es gibt zwei verschiedene bienhäuser beziehungsweise bienstöcke was denn das motorrad bei den einen kannst du nämlich noch frames sein tun bei dem anderen kannst du nichts rein tun und wir haben ausgerechnet die teile gebaut wo du nichts rein tun kannst super hello glückwunsch und du hast den player sensoren mit angebracht ne ich weiß ja wo ist denn der weg aber du versiegelst doch alles natürlich so was mache ich jetzt hier was ist denn da für draußen controller ich glaube noch vier urzertel was dafür brauchen wir twigs dust wix dust wir brauchen unbedingt zertus na dann sagt da müsste man mal die idee von zertus geben brauchst nur auch da auch zertus oder zertus glaube ich oder du kannst wenn du jetzt er drückst ne zertus eingibst und dann nach das ohr ja und dann mach mal shift dann hast du ordiktionary name ich will das urzertus nach dort warte mal jetzt was verschwinden und der maus drüber und shift ja ja ich hab schon gesehen dann steht da ohr zertus quarts weißt du wie du nachsuchen musst spore zertus ich hab's richtig geschrieben der t us und quarts tz oho bei mir funktioniert das zegt grad wieder nicht alter was das t naja Ja, das habe ich aber auch. Das ist krass, ne? Ja. Oh. Ach, komm schon. Ich sehe auch voll die Bugs. Ich sehe nicht, dass der die Zettus-Quarze chargt. Ja, ich muss mir... Es liegt am letzten Update. Ja, es ist meeeega scheiße. Aber ich will wegen dem Bugs jetzt nicht unbedingt nochmal neu anfangen. Stimmt, aber eigentlich ist der Carpenter da. Wollte ich mich? Gut. Ja, aber haben wir. Boah. Dann würde ich... Elf... ...dert... ...ust... War denn noch... ...sand? Nein, wir haben kein Sand mehr. Gut. Ja, wir gehen da nochmal schlafen. Okay. 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 Was wird nämlich dunkel unker. Toll, ich kann nicht pendig machen, sind ja bei. Ach nee. So, ist schon was. So, ich liege. Was tue ich denn jetzt hingelegt? Ich habe meinen Adventure Pack genommen und dort den Schlafsack genommen. Mhm. Ja, ich kann das nicht. Warum? Hast du dir irgendein Adventure Pack gehabt? Nein. Hä? Nicht auf diesem Server. Hm. Worum? Ob der andere Server wäre. Hm. Worum? Nein, ich kann nicht schlafen, den Monster nehmen. Oh, ist das Bett abbauen? Warte mal eben. Warte mal eben. Äh. Back. Wie sie? Ja, ja. Sorry, ihr seht eben halt jetzt gerade bloß den Chat und ein dunkles Räumchen. Wie sie? Wie sie? Wie sie? Was gehst du jetzt raus? Ja, warte. Ich schlafe schon. Ich liege. Gott sei Dank. Ach, ist das ein schöner Morgen. Ach, ja. Habe ich Trick 17 gemacht. Mit Selbstüberlustung. Ja. So. Rein. Auf das, auf das, auf. Ah, nee. Warte mal. Kalk. Bei Ham. Ah. Sehr. Und dann wollen wir noch Okay, so gibt es Ja, dein Quarz Drei, scheiße Ich gebe den Quarz und der sagt Scheiße Scheiße Guck mal rein, Schwein Hier geht es mein Bienchen Gab es den in der Nähe Ein Dorf? Können wir den Atomic Disassembler bauen? Den was? Der funktioniert nicht, Moment Den Atomic Disassembler Wirst du damit? Der ist krass Oh, das ist weit weg, das Dorf Dann muss ich in die Richtung Okay, es fehlt eigentlich nur der Reinforced Was machen? Lange der Strom hält, ist mir das egal Worum, was macht denn der? Das ist ein Universalwerkzeug für alles Diamond Dust Was musst du machen? Das ist mir sowas für ein Wunder, bin ich ehrlich Weil ich kümmere mich jetzt um was anderes Die Rädigstifte tut ja noch da sein Ah, da war eine interessante, echt eine interessante Idee So, ist da ein Kingslime drauf? Mal gucken Ich fliege gerade über so Aber wie heißt die Über die Corruption? Ist es ja Corruption? Corruption? Du hast mich Nee, es ist eigentlich anders Man hat bloß nicht wirklich angezeigt Tainted Land Tainted Land ist scheiße Kann man wegmachen Ja, ich weiß Ja, ich weiß Aber Ist jetzt nicht wahr, oder? Ja Wir brauchen dafür Aber eben halt Diese, diese, diese Corruption Pflanzen Shimmerleaves Äh, ja Nee Nee, oder doch Nee, irgendwie Auf jeden Fall So was Oh Gott Also was für eine Apparatur brauche ich denn To make this Metallurgic Infuser Wo ist der denn? Ernsthaft jetzt? Hast du den auf Privat gestellt? Eigentlich nie You don't have Äh You don't have S's Okay Kann ich nicht Was ist denn das für eine Scheiße? Hab ich wirklich nicht Alter, schwör Ich geh bloß in dem Dorf was gucken Und dann komm ich Ey, das fährt sich doch mal geil aus Ich geh bloß in das Dorf was gucken Dann komm ich eh wieder Ich hab jetzt selber einen gebaut Ja, ruhig Ja, ruhig Ach, vor allem glaubt Ruhigen ja noch mehr Ressourcen Ist in Ordnung Okay Ist ja nicht so schlimm Strom dafür haben Oh, hast du keinen Strom? Doch, hab ich So Dann hab ich Dann hab ich Dann hab ich Dann hab ich Den Tomic Disassembler Da ist er Jetzt geht's los Jetzt geht's los Gleich hab ich ihn Gleich hab ich ihn Gleich hab ich ihn Tomic Disassembler Kannst du Das ist halt alles in einem Weißt du Die 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 Warte Bissl kontraproduktiv Tomic Disassembler Ich hab einen Ich brauch nur eine Batterie Und das Was zum Fick ist das? Dahin AgriCraft Man kann mit AgriCraft direkt einen Wassertank bauen Schön Ja ich bin ja gerade hier hinten in dem Dorf drinnen Deswegen Tomic Disassembler Brauch ich eine Schippe mehr Jetzt braucht Schwert mehr Nichts mehr Deswegen Deswegen konnte ich dir Mal nie helfen Mit dem Problem Dass Ähm Egal ich hab ja jetzt Das was ich Das darf privat gestellt Noch nicht mehr Noch ein Werkzeug Alles Ähm Glass Wow Send Das war mal ein sinnloser Changecube Siehst du, wird man eigentlich auch nochmal eine Sonderfolge machen Ja 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 nochmal Können wir ja nochmal machen Okay ich weiß aber was ich vorher mache Nein Glass Stimmt ich wollte noch was anderes gucken Clear Glass Ich wollte mal gucken wie das wieder Wie die Pflanze heißt Eternal Bloom Da ist die Pflanze Muss jetzt den Meteor auseinander nehmen Damit ich mehr Dings machen kann Mehr mehr Dings halt Alter wie schnell der ist Fast Deine Diapig X braucht da Ewigkeiten für Hm Nein Wo kriegt man die Wo kriegt man die Eternal Bloom her So die Craften glaube ich So wenn die sich echt craften Könnte man die nicht auch finden Waren die nicht eigentlich bei diesen Silverwood Trees Ne Die Eternal Bloom musst du glaube ich selber craften Oh ich habe noch einen Lucky Block gefunden Oh Uh Da war ja wirklich Lucky Oh was war drin Enchantment Table Ja wir sind auch schon wieder Fertig glaube ich ne Oh ja stimmt Buch Jedenfalls Wenn euch die kleine Reise bei mir gefallen hat Ich würde Wir würden uns über Feedback freuen Und Was ganz Neues am Ende Was ich jetzt sage ne Ihr könnt uns auch weiterempfehlen Jedenfalls Viel Spaß beim zugucken Ich würde sagen Bis zum nächsten Mal Und Tschüss 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 Tschüss